Ludwig von Mises Institut Deutschland Der Podcast Umweltökonomische Fehlannahmen 21. Juni 2024 von Rainer Fasnacht In ihrer Anfangszeit war Umweltökonomik eher eine akademische Spielerei. Mittlerweile ist das anders. Sie hat Eingang in die Praxis gefunden und die Politik arbeitet damit, um politisch angestrebte Umweltziele zu erreichen. Verbraucher spüren die Anwendung umweltökonomischer Instrumente im Geldbeutel. Preise betroffener Produkte werden beispielsweise direkt durch Strafsteuern erhöht oder indirekt durch mengenbegrenzende Zertifikate. Weil die umweltökonomischen Interventionen auf der Produzentenseite ansetzen, sind diese für Verbraucher meist nicht transparent, was nichts an ihrer Relevanz ändert, insbesondere weil ihrer Anwendung Fehlannahmen zugrunde liegen, die sich schädlich auswirken. Missachten beteiligte die Umwelt Ein Irrtum liegt darin, dass angenommen wird, die an Geschäften beteiligten Käufer und Verkäufer würden die Umwelt ignorieren bzw. diesem Aspekt bei ihren Handlungen keine Bedeutung beimessen. Da menschlichen Handlungen individuelle und subjektive Motive zugrunde liegen, ist eine solche Behauptung mehr als gewagt. Da das Umweltbewusstsein stark zugenommen hat, ist es unwahrscheinlich, dass dieser Aspekt gänzlich unberücksichtigt bleibt. Allerdings wird der Umweltaspekt nur in den seltensten Fällen das alleinige Handlungsmotiv sein. Die Auswirkungen auf die Umwelt werden im Rahmen der Bedeutung für den Handelnden mit anderen Interessen abgewogen. Wenn durch politische Interventionen die Preise durch Umweltsteuern erhöht oder die Mengen durch Zertifikate limitiert werden, liegt dem implizit der Glaube zugrunde, den richtigen Preis oder die richtige Menge zu kennen. Hier liegt eine Anmaßung von Wissen vor, denn erst der freie Markt bringt jene Preise zum Vorschein, welche die zahlreichen unterschiedlichen Interessen inklusive der Umweltaspekte entsprechend der Bedeutung für die Beteiligten berücksichtigt. Wirken umweltökonomische Interventionen nur in die gewünschte Richtung? Wie alle politischen Interventionen wirken auch umweltpolitische in teils unerwarteter Richtung. Markteingriffe und nicht marktgerechte Preise und Mengen bewirken nicht gewollte Effekte und treiben die Interventionsspirale an. Die Umweltökonomik tritt mit dem Anspruch an, zur Reduzierung externer Umweltkosten beizutragen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Anwendung umweltökonomischer Instrumente ihrerseits selbst solche Kosten erzeugt. Der Markt lässt politische Interventionen auch in diesem Fall nicht ungestraft. Der politischen Intervention bzw. wirtschaftlichen Manipulation liegt der Glaube zugrunde, nur auf diesem Weg wäre es möglich, Umweltauswirkungen zu integrieren. Es wird angenommen, dass nur so die externen Kosten zu internen gemacht werden könnten. Doch auch in einer freien Marktwirtschaft gibt es hierfür ein Werkzeug. Entstehen Schäden bei Dritten, beispielsweise die Verschmutzung eines Badesees, sind Gerichte da, um Forderungen gegenüber dem Verursacher geltend zu machen. Der Vorteil dieses Verfahrens gegenüber der umweltpolitischen Intervention liegt darin, dass tatsächlich Schäden vorliegen und belegt werden müssen. Es genügt nicht, solche anzunehmen oder zu behaupten, Fakten statt Fiktion. Der in der Tradition der österreichischen Schule stehende Ökonom und Schüler Ludwig von Mises, Mary Ann Rothbard, geboren 1926, gestorben 1995, schrieb folgendes, Zitat. Wenn eine Partei einer anderen durch eine Handlung einen Schaden zufügt und wenn dies vor Gericht oder in einem Schiedsgerichtsverfahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen werden kann, dann stünden der geschädigten Partei Abwehr- und Schadensersatzansprüche zu. Es dürften aber keine vernünftigen Zweifel mehr verbleiben, dass das Verhalten des Schädigers den Schaden bewirkt hat. Wenn nicht alle vernünftigen Zweifel ausgeräumt werden können, ist es jedoch bei weitem besser, einen Schädiger nicht zu verurteilen, anstatt unsererseits jemandem absichtlich Schaden zuzufügen. Der Grundsatz des hippokratischen Eides, zuallererst füge kein Leid zu, muss auch für jeden gelten, der Recht anwendet oder vollzieht. Zitat Ende Sind Schäden an eigentümerlosen Dingen auch über Gerichte nicht berücksichtigbar? Politiker, die von der Möglichkeit der Einflussnahme durch umweltökonomische Instrumente nicht lassen wollen, werden behaupten, dass dies alternativlos sei. Schließlich gibt es Badeseen, Meere und andere quasi eigentümerlose Dinge, bei denen niemand die Schäden der Verschmutzung einfordern kann. Dem ist entgegenzuhalten, dass Dinge ohne Eigentümer tendenziell übernutzt werden, das Problem der Allmende. Es gibt also nicht nur keinen Eigentümer, der Forderungen stellen kann, sondern so viele Nutzer, dass auch hierdurch Schäden entstehen. Die Lösung liegt darin, öffentliches Eigentum in Privateigentum zu verwandeln. Gehört der verschmutzte Badesee jemanden, hat dieser Eigentümer ein Interesse, eine Übernutzung zu vermeiden und Schäden durch Verschmutzung beim Verursacher geltend zu machen. Fazit Aufgrund der geschilderten umweltökonomischen Fehlannahmen sind ökologisch motivierte politische Interventionen genauso schädlich wie jeder andere Eingriff in den freien Markt. Wie aktuelle Beispiele zeigen, kommt erschwerend hinzu, dass einige umweltökonomische Instrumente Anreize für Missbrauch schaffen. Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mieses.de.org Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.